Er ist stolperter und lehnt sich dann an die Anlehne vom Sessel von Murat und dir an. Genau. Zwischen euch beide, wo dann dein Murat, dein Freund, macht dir sowieso so. Und in dem Moment, wo er stolpert, der Frank, der Deutsche, muss er sich anlehnen. Und da guckt er dort schon ganz böse und natürlich auch irritiert. Weil dein Freund gerade sauer ist auf jeden Mann, du musst auch mitwerfen. Das heißt, du musst auch gerade sein, dass du auch ein wenig irritiert bist, was dann passiert, aber das noch nicht verstehst, weil du bist in dem Moment nicht mit. Okay. Okay, super. Wir können den Tisch ein bisschen... Wir können doch alles haben. Wir können doch alles haben. Fast alles. Wir dürfen fast alles haben.